Es sind ja sogar sieben Stühle. Dann wohnen sicher sieben Kinder hier. Und wie man auf dem Tisch sieht, sieben unordentliche Kinder. Eine Spitzhacke und ein Strumpf dazu. Und ein Schuh. Nun seht euch nur den Kamin an. Alles voller Staub. Und dort, lauter Spinnengewebe. Du meine Güte. Dieser Berg schmutziger Teller. Was sagt ihr nur zu solch einem Besen? Zum Fäden ist er hier nie gewesen. Was wird wohl ihre Mutter dazu? Was wird wohl ihre Mutter dazu?